Hallo Urs. Hallo Volker. Das Thema DSL-Anschluss, wie schnell müsste der eigentlich sein, wenn ich 50 Mbit bestellt habe? Das ist ja immer etwas, das die Gemüter erhitzt und was die Leute immer ärgert, wenn es nicht so hinhaut. Woran liegt es denn jetzt eigentlich, wie viel ich bekomme, wenn da 50 Mbit draufsteht, aber dann vielleicht nicht ganz so viel ankommt? Ja, das ist eine sehr komplexe Sache, weil die Geschwindigkeit einer Verbindung ja von vielen Faktoren abhängt. Limitierender Faktor ist immer mein Hausanschluss, wie schnell ist der, denn schneller kann ich natürlich nie etwas runterladen. Und da hängt es davon ab, welche Technik kommt zum Einsatz. Bei VDSL-Anschlüssen 25-50 Mbit kriege ich in der Regel 100% dazu gesagten Bandbreite. Also mir sind nur ganz wenig Fälle bekannt, wo es unter dieser Bandbreite geblieben ist. Anders schaut es aus bei ADSL-Anschlüssen. Wenn ich bis zu, da kommt es, 16 Mbit habe, dann ist es meistens weniger. Wenn ich Glück habe, sind es 15 oder 14 und wenn ich richtig Pech habe, sind es 3, 2, 1 Mbit. Und das hängt halt ab von der Länge der Telefonleitung. Und dann gibt es Kabelanschlüsse. Da sieht es wieder vollkommen anders aus, denn beim Kabel habe ich eine garantierte technische Bandbreite. Denn das Kabel liefert mir ein definiertes Signal. Und da lassen sich die 50, 100, 200 Mbit, die mir der Anbieter verspricht, technisch immer realisieren. Aber da kann es dann zu einem Engpass kommen, weil sich mehrere Leute die vorhandenen Ressourcen teilen. Und wenn der Anbieter nur 400 oder 800 Megabit insgesamt mehreren Leuten bereitstellt und dann mehrere Leute versuchen, 200 Megabit gleichzeitig zu ziehen, dann reicht es halt nicht für alle. Da ist das Stichwort Shared Medium, glaube ich. Aber wieso ist das anders als bei einem DSL-Anschluss? Ja, bei einem DSL-Anschluss habe ich den Anschluss für mich alleine, die Telefonleitung. Und was diese Telefonleitung hergibt, steht mir exklusiv zur Verfügung. Das kann ich nutzen. Beim Kabelanschluss bin ich mit anderen zu einem sogenannten Note zusammengeschaltet. Die hängen alle an einem Note. Und dieser Note versorgt alle. Das heißt, die teilen sich die vorhandene Bandbreite. Und dann versuche ich bei den Kabelanbietern immer wieder mal rauszukriegen, wie viele Leute hängen denn typischerweise an so einem Note. Und dann heißt es immer, ja, das kann man so nicht sagen. Dann nennen sie doch mal eine typische Größe. Ja, nee, das ist ganz unterschiedlich. Das kann man so nicht sehen. Das heißt, die Mauern da, die wollen nicht sagen, wie groß diese Cluster sind. Ich weiß, dass zu Beginn der Digitalisierung, als sie die rückkanalfähig gemacht haben, typischerweise 1500 Haushalte zusammengeschaltet waren, als es noch reines Broadcasting war. Und dass man diese 1500 Haushalte natürlich jetzt in mehrere Cluster eingeteilt hat. Nur in wie viele, das will mir keiner verraten. Wenn ich jetzt dieses Problem habe, wie kriege ich denn jetzt raus, woran es tatsächlich liegt? Ob es an meiner Leitung liegt, ob es an anderen Dingen liegt? Wie kann ich das nachmessen? Das erste Problem, was ich stelle, ist gar nicht, woran liegt es, sondern habe ich dieses Problem überhaupt? Wie messe ich denn überhaupt, welche Bandbreite zur Verfügung steht? Und das sind DSL-Nutzer natürlich im Vorteil, denn die können das Modem abfragen. In der Fritzbox gibt es eine eigene Informationsseite über die Geschwindigkeit, die das Modem mit dem Modem auf der Gegenseite ausgehandelt hat. Und das ist eine belastbare Zahl, denn das ist das, was tatsächlich auf dieser Leitung möglich ist. Und wenn da steht, es sind 50 Megabit ausgehandelt, dann gehen auch 50 Megabit da drüber. Und dann hängt der einzelne Download davon ab, wie schnell ist der Downloadserver, ist irgendwo auf dem Weg möglicherweise noch ein überlasteter Netzknoten und auch bei den hohen Geschwindigkeiten, wie schnell ist meine Hausverteilung. Wenn ich über WLAN gehe und ich habe veraltete WLAN-Standards, dann kann es sein, dass ich beispielsweise 50 Megabit gar nicht ausnutzen kann. Okay. Und wenn ich jetzt feststelle, ich kriege deutlich weniger als eigentlich versprochen von meinem Provider, was kann ich dann tun? Dann wird es schwierig. Die Frage ist, was hat er mir versprochen? Das ist das Allererste. Kein Provider verspricht rund um die Uhr 100% der Bandbreite. Ich muss also erstmal genau schauen, was ist mir zugesagt worden? Die meisten DSL-Anbieter haben da so eine Spannbreite, dass sie sagen, mindestens 6,3, maximal 16 Mbit für ADSL-Anschlüsse oder dann für VDSL-Anschlüsse mindestens 16, maximal 50. Irgendwo dazwischen liegt es, dann ist es vertragsgemäß. Wenn es da deutlich drunter kommt, regelmäßig, dann habe ich wirklich einen Grund zum Monieren. Dann kann ich sagen, ihr habt mir 6 Mbit versprochen, ihr liefert aber nur 3. Aber das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich so ein, bleiben wir bei diesem 16 Megabit Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Leitung gebucht bis zu 16 Mbit und ich kriege jetzt permanent 7 darüber, dann wäre das, nach dem, was du eben gesagt hast, vertragsmäßig korrekt. Und ich müsste mich damit abfinden, dass es halt nicht schneller ist und habe mich quasi für die zwei Jahre oder was man typischerweise hat, unglücklicherweise daran gebunden. Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sehen, da ist dann auch nicht mehr möglich, weil der Anbieter ja nicht hingehen kann und mir eine neue Telefonleitung schalten kann. Wenn ich nur ADSL kriegen kann und wenn meine Telefonleitung diese Länge hat, dann kann ich lange rummeckern und monieren. Es wird mir über diese Telefonleitung wahrscheinlich niemand anders einen schnelleren Anschluss bieten. Es sei denn, irgendjemand geht hin und baut mein Wohngebiet aus, dass ich VDSL kriegen kann, weil VDSL ist dann um die Ecke im nächsten Schaltkasten geschaltet und da habe ich dann die kurze Leitung dorthin und kann dann 25, 30, 40, 50 Megabit kriegen mit Vectoring bis zu 100. Man kommt aber auch jetzt nicht leicht irgendwie aus dem Vertrag raus, wenn man irgendwie sagt, hier plötzlich der andere Provider kann mir aber mehr bieten oder können die einen einfach rauskaufen? Das Problem ist, es muss für den Kunden unzumutbar sein. Das heißt, wenn die Leistung so schlecht ist, dass ich sage, das ist eine Zumutung oder andersrum, es ist mir nicht zuzumuten, dann kann ich versuchen da rauszukommen und werde in der Regel bei meinem Provider auf Granit beißen und kann mich dann auf eine juristische Auseinandersetzung mit dem einstellen. Wenn der Provider nicht von sich aus sagt, ja, das sehen wir ein und das tut er in seltensten Fällen, unsere Leistung ist so schlecht, Kunde, wir lassen dich ziehen, das hat gar keinen Wert, kriegen wir nicht hin, dann muss ich mich wirklich in einen Clinch einlassen, der wird darauf bestehen, der wird sagen, Sie haben hier eine Mindestvertragslaufzeit unterschrieben, der Vertrag wird bis zum Schluss erfüllt und ich sage, nein, ich habe einen driftigen Grund, ich möchte gerne außerordentlich sofort aus dem Vertrag raus und dann muss ich mich mit dem Anbieter auseinandersetzen und das wird sehr, sehr schwierig. Wenn man jetzt nochmal von den DSL-Anschlüssen kurz nochmal zu Kabel schwenkt, da gibt es ja viele Leute, die immer mal wieder das Problem haben, dass es in den Abendstunden alles zusammenbricht, das wäre jetzt aber kein Grund zu sagen, hier, ich will aus dem Vertrag raus. Ja, kommt drauf an. Diese Probleme, das kann ja sein, dass die Bandbreite ein bisschen zurückgeht in Abendstunden, der Download funktioniert dann nicht mehr mit 100 Mbit, sondern noch mit 80, 60, 40. So weit ist alles okay. In dem Moment, wo es aber zu Paketverlusten kommt, wo Datenpakete durch die Überlastung nicht mehr ankommen, werden Downloads bis zum Stillstand abgebremst. Da geht dann fast nichts mehr, da kann ich kein Video mehr gucken und wenn ich so Basics nicht mehr machen kann, wenn Spielen nicht mehr geht, Video gucken, wenn Webseiten Minuten brauchen zum Laden und Downloads dahin lahmen, dass ich Tage brauche, um einen größeren Download zu machen, das ist keine Übertreibung, schon bei wenigen Prozent Paketverlusten kommt es quasi zum Stillstand, dann ist es wirklich unzumutbar. Die Anbieter wissen meistens sehr genau, was ihren Kunden da zumuten, die monitoren das, die kennen ihre Paketverlustraten, die kennen die Bandbreite, die zur Verfügung steht. Mal nachfragen, in der Regel planen die schon einen Ausbau, das ist ja nicht so, dass die dem Kunden absichtlich schlechte Leistungen zur Verfügung stellen, sondern es ist so, dass mehr Kunden gebucht haben oder die Kunden mehr Leistung nachfragen, als der Anbieter nun gerade eingeplant hat. Und dann, wenn der sagt, ja wir sind schon am Ausbau und dauert jetzt noch wenige Wochen oder Monate, kann man sich überlegen, ob es sich lohnt, mit dem Anbieter in Clinch zu gehen. Und das lohnt sich auch nur dann, wenn ich zum Kabel eine Alternative habe, wenn ein schneller DSL-Anschluss da ist oder wenn der DSL-Anschluss lahmt, andersrum, ich einen Kabelanschluss zur Verfügung habe. Okay, klasse, danke. Bitte.